Ihr könnt natürlich wieder eure Spielervorschläge unten reinschreiben, wen wir uns denn noch holen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicester City FIFA 16. Das klang ein bisschen blöd, aber okay, zu meiner Leicester City Karriere. Wir haben heute nochmal einen richtigen Leckerbissen zum Abschluss der Hinrunde. Ja, wir spielen gegen die Tabellenführer, ihr seht das rechts, wir spielen gegen Manchester City. Wir haben die Chance, den Rückstand auf drei Punkte zu verkürzen und dafür zu sorgen, wenn Chelsea gewinnt, dass Chelsea Herbstmeister wird. Ich weiß nicht, ob es das auch bei denen gibt, in Wirklichkeit, dass sie auch einen Herbstmeister küren, aber ich denke mal nicht. So, wir spielen den Weiß, wir spielen den Dunkel. Ja, Manchester City bislang das Maß aller Dinge in der Premier League. Haben aber ihren großen Vorsprung, den sie hatten, eigentlich verspielt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal wechseln. Obwohl, ne, die meisten habe ich ja draußen gelassen. Gegen Liverpool haben wir ja leider nur 1-1 gespielt. Äh, 0-0, natürlich 1-1, 0-0 haben wir da leider nur gespielt. So, wir bringen mal Amate rein, der ist zur Zeit richtig gut drauf. Vorne war die, ja, ist nicht ganz fit, aber den lassen wir mal. So, Oloa ist leider immer noch verletzt, ja. Der wird auch in der Hinrunde nicht mehr zurückkehren. Ansonsten Okazaki, ne. Ansonsten lassen wir die Aufstellung so, gehen mit der besten Aufstellung und mit der besten Mannschaft rein und schauen mal, wofür es reicht, ja. Wir haben uns stabilisiert, wie gesagt, in der Hinrunde. Waren am Anfang eher so, ja, so durchwachsen. Haben dann mal ein Spiel gewonnen, dann haben wir auch mal zwei Spiele verloren. Aber jetzt haben wir uns so stabilisiert. Wir haben die richtige Formation gefunden, ja. Wir haben jetzt mit einem 4-3-1-2 spielen wir jetzt. Und zum Abschluss, wie gesagt, ein richtiger Leckerbissen zu Hause gegen den vielleicht Herbstmeister Manchester City. Auf geht's. Heute können wir uns beweisen. Heute können wir zeigen, ob wir oben mitspielen wollen, die Berechtigung haben, mitspielen zu dürfen. Aber ich habe es ja auch schon, glaube ich, mal vor zwei Parts gesagt. Wenn wir so weiterspielen, ja, wenn wir die Leistung so zeigen, dann werden wir noch die nötigen Siege einfahren, um uns dann fürs internationale Geschäft zu qualifizieren, was uns ja mit Darmstadt erst in der zweiten Saison leider gelungen ist. Werden wir so weitermachen, ne. Aber ich appelliere nur nochmal an die erste Rückrunde mit Darmstadt. Da sahen wir auch fürchterlich aus. Haben es dann auch leider verpasst, ins internationale Geschäft einzusehen. Aber okay, das war Darmstadt. Jetzt ist Leicester. Jetzt ist Manchester City time. Fernando, er ist der Fehlpass und der erste Schuss von Amartey. Da hat er noch Zeit gehabt. Ein bisschen überhasteter Abschluss wieder. Da hat er eigentlich noch Zeit gehabt zu gehen. Jetzt kommt Manchester City zum ersten Mal mit Raheem Sterling. Oh, richtig schneller Mann. Und De Bruyne. Ja, kennt man noch aus der Bundesliga. Aus Wolfsburger Zeiten. De Bruyne. Schöne Flanke. Achtung. Stellen ja mit den besten Torschützen, glaube ich, Mensch. Das seht ihr mit Jaja Touré. Fernandinho aufgepasst. In die Mitte das Klischee. Sterling schnell gespielt. Und Mares ist vor Wilfried Boney, glaube ich, da. Wilfried Boney müsste das sein. Jetzt die Ecke über De Bruyne. Achtung, hinten kommen wir nicht ran. Und Schmeichel. Ja, ist da sich sehr sicher. Aber okay, wenn er das ist. Und wenn FIFA das so registriert hat, dass er sich sicher ist, dann ist das okay. So, Jettwey. Schlup. Drinkwater. Mal gucken, wie sie im Mittelfeld sich hinstellen. City, ob sie da schon zuschieben. Oder ob sie uns da ein paar Freiräume lassen. Ein paar Freiheiten. Jetzt erstmal Klischee. Achtung, auf der Außen sind sie sehr präsent momentan. Sterling, auf der anderen Seite auf Navas. Da mussten wir dazwischen. Sehr schön. Fair. Zwar hart, aber fair. So, schlupp. Und jetzt haben wir ein bisschen Platz. Da vorne ist Drinkwater. Ist zwar nicht der schnellste, aber... Macht das gut im Zweikampf. Wird er abgeräumt von Vincent Company. Ja, war leider kein Elfmeter. War auch fair im Zweikampf, muss man sagen. So, jetzt Jesus Navas. Ist ebenfalls schnell. Versucht vorbeizuziehen an Robert Hood. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Robert Hood. Oh, fehlpass. Achtung. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oben sehen wir. Aber Hood, der das Ganze wieder gut macht. Das kann auch mal in die Hose gehen. Haben wir zum Beispiel in Everton gesehen. Gegen Everton, Gott sei Dank. So. Jetzt aber Manchester City. Über De Bruyne, über Fernandinho. Der wird wieder geblockt von Hood. Also Manchester City versucht schon schnell nach vorne zu spielen. Birgt natürlich die Gefahr, dass die hinten ein bisschen offener stehen. Das ist ein Foul. Das ist die gelbe Karte für Fernando. Habe ich nicht. Die haben ja Fernando und Fernandinho drin. Das ist aber Fernando, der Sechser. Ja, Fernando und der 25er ist Fernandinho. Schön gemacht. So, jetzt hat der schon mal gelb. Müssen wir mehr über den spielen. Robert Hood ist unten. Unten muss ich jetzt mal einer absetzen, entgegenkommen. Vardy macht das. Sehr schön. Gegen Klischi. Auf der Außen. Vardy. Jetzt ist er alleine. Jetzt müsste er mal entgegenkommen. Hier zum Beispiel. Mares. Schön gemacht. Mares in der Mitte. Und da ist Danny. Drinkwater. Cavalero. Und da sitzt einer nach. Und wieder Cavalero. Ich glaube, Ina Chau was. Genau. Der Leihspieler von Manchester City. Also spielt er heute gegen sein. Ja, gegen seine Zukunft vielleicht. Werden wir dann nach zwei Jahren wieder zurückgeben müssen, leider. Ich glaube, wir haben ja nur Glean für zwei Jahre. So, Eckball. Mares. Wen findet er im Strafraum? Findet er Cavalero? Ja, aber. Gibt nochmal einen Eckball, weil Cavalero wohl zum Schluss dran war. So, Mares diesmal. Diesmal dreht er den rein. Da ist Danny Drinkwater. Glaube ich war es. Jetzt müssen wir aufpassen. Wilfried Boney. Oh, da müssen wir hinterher kommen. Der ist auch schnell. Boney. Achtung, der wird wahrscheinlich oben hinspielen. Nein, oder unten. Über De Bruyne und über Sterling. Aber jetzt war ich es dazwischen. Stark. Hat sich auch, wie Robert Huth, in der gesamten Hinrunde gesteigert. Super Endverteidiger. Du, stimmst sich da wirklich immer sehr gut ab. Wenn der eine mit nach vorne geht, bleibt der andere hinten und so weiter und so fort. Das muss ja alles auch stimmen. So, Drinkwater. Simpson. Ah, jetzt hätten wir auf Drinkwater durchstecken müssen eigentlich. Haben wir leider verpasst. Jetzt nochmal Simpson. Auf Schlupp. Außen auf den Golo Kante. Auch mal wieder ein bisschen präsenter hier. Ein Golo Kante. Amate. Da ist Drinkwater. Einmal angetäuscht. Und geschossen. Und wieder Caballero. Ja, wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben die besseren Chancen. Manchester City kann froh sein, dass sie Wilfried Caballero haben und nicht Joey Hart. Wo sind die ganzen Spitzenkeeper? Haben die die alle verkauft? Das wundert mich. So, Mares. Da ist Schlupp. Ja, nicht der Größte. Ist klar, dass er da nicht rankommt. Mares hat den nicht mehr. Holt den Einwurf raus. Mares hinten auf Simpson. Er hat da jetzt ein bisschen Platz. Aber in der Mitte ist halt niemand. Ein Golo Kante ist da. Außen ist Amate. Zieht jetzt in den Strafraum rein. Amate. Und da ist es. Aus Spitzenwinkel. 39. Minute verdient die Führung durch Amate. Sehr schön. Dem gönne ich das. Der hat schon gegen Liverpool richtig stark gespielt. Und jetzt belohnt er sich auch endlich mal. Simpson. Ganz ruhig gespielt. Ein Golo Kante. Amate ist da gegen. Ich glaube gegen Sanja. Ist das, ne? Der 3 ist das Sanja. Und dann, ja, aus schon Spitzenwinkel. Also den kriegt nicht jeder da rein. Daniel. Ich glaube, Daniel heißt er, ne? Daniel Amate. Mit dem 1 zu 0 in der 38. Minute. In einem Heimspiel. Und ihr wisst, was das heißt. Wir haben zu Hause sehr oft Vorsprünge verspielt. Leider. Bestes Beispiel. Erst letztes Heimspiel gegen den FC Chelsea. Das war aber schon 2, 3 Parts her, glaube ich. Amate wieder. Auch wenn der Pass jetzt nicht ankommt. Aber er ist so ein bisschen der Spieler der ersten Hälfte bislang. Sehr präsent im Mittelfeld. Fordert viele Pässe. Führt viele Zweikämpfe. Und hat sich auch belohnt mit einem Tor. Jetzt kommt nochmal Manchester City über Wilfried Boni, über Fernando. Oh, Boni überläuft da. Jet war, ne, nicht Jet war, sondern. Na, wer spielt da auf der Seite? Simpson, glaube ich, war das? Simpson oder Drinkwater. Jetzt nochmal die Ecke über die Bräune. Aufgepasst. Achtung auf dem kurzen Frost. Und das ist Boni. Ja, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Die sind nicht umsonst Tabellenführer. Gibt nochmal 3 Minuten Nachspielzeit. In der ersten Hälfte. Und dann dürfte das hier gewesen sein. Schlupp nochmal auf die andere Seite. Da ist Simpson. Fertig können wir ja nochmal eine Chance rausspielen, wenn es jetzt schnell geht. Über N'Golo Kante und über Mares. Ja, kein Abseits, oder? Ne, kein Abseits. Schön mitgenommen. Aber geil. Klischi läuft dem... Den Schneid ab. Sanja. Komm, Schiri, fahren wir zur Halbzeit. Jawohl. 1-0 führen wir gegen den Tabellenführer. Manchester City. Und wenn zeitgleich jetzt Chelsea führt, wäre Chelsea zur Halbzeit Herbstmeister. Ich sag das jetzt einfach mal so. Und führt Chelsea... Wissen wir nicht. Die spielen gegen Manchester United. Wie sieht es denn mit Southampton aus? Ah, die liegen hinten. Okay. In West Ham... Oder in London gegen West Ham. West Bromwich führt gegen Newcastle. Norwich unentschieden gegen Aston Villa. Everton 2-0 gegen Stoke. Und Crystal Palace 1-0 gegen Swansea. Sind doch alles ganz gute Ergebnisse. Wir schauen nachher, wie gesagt, auf die Abschlusstabelle der Hinrunde. Genau. Ziehen wir so ein bisschen Bilanz und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir uns aber erst nochmal 45 Minuten konzentrieren, dass wir hier vielleicht eine kleine Überraschung schaffen und den Tabellenführer schlagen. Was ja nicht selbstverständlich ist. Gut wiedergeholt von N'Golo Kante. Steckt nochmal auf Ehenatau durch. Der kann jetzt gegen seinen Ex-Club... Seinen... Zum jetzigen Zeitpunkt Ex-Club ein Tor einheim sein. Hat er aber leider nicht geschafft. Naja. Wird wahrscheinlich noch die eine oder andere Chance kriegen. Deswegen gar nicht schlimm. Weitermachen. Jetwey passt gut auf. Schlup. Also wirklich... Oh. Geschlossene Mannschaftsleistung wieder. Das dürfen wir aber nicht so häufig machen. De Bruyne. Werder fast an den Ball gekommen. Jesus Navas. Achtung. Boney in der Mitte. Aber Schmeichel ist da. Macht das ganz souverän. Ganz unaufgeregt. So. Spielt kurz auf Jetwey. Genau rüber auf Hut. Damit wir uns erstmal ein bisschen sortieren können. Wenn wir jetzt jetzt schnell spielen, haben wir wieder ein bisschen Platz. Vardy hat ein paar Probleme bei der Ballernahme. Ist heute nicht ganz so im Spiel Vardy, habe ich das Gefühl, wie in den letzten Spielen. Aber er darf sich auch mal ein schlechteres Spiel erlauben. Dafür hatte er schon Spiele gehabt, wo er uns... Wo er die Spiele schon fast alleine entschieden hat. Vardy gegen Mangala. Ist auch schwierig durchzukommen. Ist auch ein super Innenverteidiger bei Mangala. Aber er verliert jetzt den Ball gegen den gerade gesagten Vardy. Cavalero nicht sicher in die Mitte. Fernandinho, Fernando. Und wieder Manchester City über Navas. Schnell müssen wir eigentlich jetzt schon stören. Boney. Jetwey kommt dazwischen. Ah. Wieder ein bisschen Pech. Wie viel Boney. Kommt gut dazu. Und in der Mitte ist Simpson. Wichtig, dass er da war. Hinten waren nämlich zwei noch von Manchester City gewesen. So. Und der Konter über Drinkwater. Über Vardy. Und unten über Ehenachau. Wer ist in der Mitte? Nur in Golo Kante macht Ehenachau mal alleine. Legt zurück. Und Mares hat Probleme bei der Ballernahme. Und jetzt braucht er zu lange. Dann braucht er einfach zu lange. Schade. Gibt den nächsten Eckball. Das kann Mares jetzt besser machen. Der kann das. Schöne Ecke. Da kommt ein Golo Kante fast dran. Oder schlupp. Aber Wilfried Cavalero. Jetzt dürfen wir nicht verlieren. Gegen Kun Agüero. Der ist jetzt drin, oder? Ist das vorne die 10 Kun Agüero? Wenn es denn so wäre, dann würde es mich wundern, warum man denn einen Superspieler wie ihn auf der Bank lässt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre der Schiri. Fernando, Navas, Sanja. Aufgepasst. Aber wir stehen nach wie vor gut. Schlup darf nicht so weit rausrücken. Der muss schön hinten bleiben. Navas. Da ist er. Kun Agüero verliert aber auch den Ball. Jetzt Simpson. Oh. Leichtfertiger Ballverlust. Sterling. Schön gemacht. Achtung, Kun Agüero nicht ziehen. Oh, Schmeichel hat den. Bei Torhütern weiß man ja immer nie, was die da machen. Aber das hat er gut gemacht. Simpson. Mares. Ja, Mensch, es heißt, die sind ein bisschen ungeordnet. Jetzt können wir es vielleicht mal ausnutzen. Über Wadi, über Golo Kante. Ja, muss auch wieder ein bisschen mehr zulegen. Hat mir in den letzten Spielen auch ein bisschen besser gefallen als heute. Aber aufgepasst. De Bruyne. Steckt wahrscheinlich jetzt oben durch. Kun Agüero und der noch ein. Ne, pass auf. Wieder De Bruyne. Aufgepasst. Dem darfst du da nicht so viel frei rumlassen. Der kann auch mal von Weitem schießen. An Freund und Feind vorbei. Und dann Gott sei Dank Abstoß. So, jetzt können wir vielleicht nochmal wechseln. Okazaki kann nochmal rein für Ehena Chao. Und jetzt können wir Amate rausnehmen und nochmal Gray reinbringen. Der hat mir auch gegen Liverpool gut gefallen. Auch schneller Mann. Sehr wendig. Das alles, was ein Team braucht, um oben erfolgreich zu sein. Also, bislang der Schütze des goldenen Tores. Daniel Amate. Hat ein super Spiel gemacht. Wieder wird ausgewechselt. Mal gucken, ob sein Tor reicht zu den drei Punkten. So, den schlagen wir mal hinten raus. Da brauchen wir gar nicht hinten rumspielen. Okazaki gewinnt gleich mal einen Zweikampf, obwohl er nicht so groß ist. Gray. Die beiden neun. Okazaki jetzt in der Mitte. N'Golo Kante ist ganz frei. Hinten ist Vardy. Ja, kontrolliert er. Erstmal schön gemacht. Und jetzt einfach nur zurücklegen. Einfach nur zurücklegen. Aber da ist leider... Steht Okazaki hinter dem Mitspieler. Vor dem Mitspieler musste stehen. Das ist eine gute Idee. So, Vardy. Schön gemacht. Ein Golo Kante. Ne, Gray war das. Aber wäre auch, glaube ich, abseits gewesen. Jetzt spielen wir es wieder ein bisschen zu kompliziert. Manchester City bietet uns die Chancen nur an. Wir müssen sie... Ah. Wir müssen sie einfach nur nutzen. Sie werden uns auf dem Silbertablett serviert. Aber wir nutzen sie halt momentan leider nicht. So. Schlupp mit Okazaki. Schöne Flanke nach hinten. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und es ist fast ein Eigentor. Es ist ein Eigentor. Es ist ein Eigentor von Ferdinio, glaube ich. Da lässt sich Okazaki feiern. Aber er war es gar nicht. Er war es gar nicht, oder? Oh, Klitschi. Klitschi, Klitschi. So wie das Tor von Pipiza damals. Wo er den Ball auch einfach auf den Kopf hat prallen lassen. Es wird als Eigentor von Galitschi gewertet. Ich weiß nicht, ob der Ball von Ferdinio vorher schon drin war. Aber das war mal ein kurioses Eigentor. Also so ein kurioses Eigentor habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe schon ein paar Eigentore gesehen, wo der Tor dann den Ball angenommen hat und hinten reingelaufen ist ins Tor. Aber sowas? Okay. Aber ein bisschen Glück brauchst du. Das Glück haben wir uns halt erarbeitet im Laufe der Hinrunde. Und das trägt jetzt Früchte. Also 2 zu 0 führen wir so 10 Minuten vor Schluss gegen Manchester City. Das hätte ja niemand gedacht. Das hätte niemand gedacht, dass wir nochmal so viel Gas geben. Aber noch ist es nicht vorbei. Aufgepasst. Nasri mit der Flanke. Findet aber nicht den richtigen Abnehmer. Gott sei Dank. Aber sie sind nochmal da mit Fernandinho. Mit geil Klitschi. Aber Simpsons da gegen Kunago Ero. Stark gemacht. So, sie stehen hinten. Sehr unsortiert. Wenn wir jetzt nochmal einen langen Ball schlagen. Mares auf Okazaki. Das wollte ich. Wenn er sich jetzt durchsetzen kann. Nee, kann er nicht. Aber er kriegt den Ball nochmal. Kriegt die zweite Chance. Was gegen Kompany. Jetzt setzt er sich durch. Stark gemacht. Auch gegen den zweiten. Okazaki. Oh. Was war das denn? Elfmeter? Es gibt Elfmeter. Tatsächlich. Was ist denn jetzt los? Foul von Cavalero. Das muss ich mir nochmal angucken. Hier haben wir das nochmal. Okazaki. Martinez ist mittlerweile drin. Zack. Da wird der Ball einfach wegge... wegge... flogen. Oder ist der Ball weggeflogen. Aber es war offensichtlich ein Foul. Von Willi Cavalero an Okazaki. Und jetzt haben wir die Chance sogar. Auf 3 zu 0 zu stellen. durch Mares. Wir haben ja schon leider einen Elfmeter verschossen. Mares gegen Willi Cavalero. Nachspielzeit. Den macht er souverän. 3 zu 0. 3 zu 0 fegen wir hier den Tabellenführer aus dem Stadion. Zum Ende der Hinrunde, wie gesagt, ein echter Leckerbissen. Habe ich euch versprochen. Ihr habt ein Leckerbissen bekommen. 3 zu 0. 3 zu 0. Nicht schlecht. Willi Cavalero war zwar in der richtigen Ecke. Aber unten war er. Und da wäre er sowieso nicht rangekommen, glaube ich. Also auch Riad Mares. Viertes Tor hat sich auch gesteigert. Wie die ganze Mannschaft. Wie gesagt, am Anfang hatten wir da große Probleme. Spielerisch irgendwie die richtige Taktik zu fitten. Aber dann haben wir uns zum richtigen Zeitpunkt gefangen. Haben die nötigen Punkte gesammelt. Jetzt können wir uns auch mal im schlimmsten Fall ein paar Niederlagen leisten. Aguero. Schade. Spielen wir doch nicht zu 0. 3 zu 1. Aber viele Tore wieder für den neutralen Zuschauer. 3 zu 1 nochmal. Kun Aguero verkürzt. Aber das ist nur Ergebniskosmetik. Ja. Hätte man auch verhindern können. Fernandinho mit der Flanke. Jetwey kommt nicht in den Zweikampf. Und ahhh. Ein blödes Tor. Sieht immer blöd aus wie ein Tor. Aber ich glaube, der ist unhaltbar. Weil der fliegt in so einem ungünstigen Winkel dann über den Torwart. Auf jeden Fall. Naja. Letzte Aktion war das. 3 zu 1. Hinrunde ist beendet. Wir schlagen den Tabellenführer, wie gesagt, mit 3 zu 1. Und wenn Chelsea jetzt auch nur einen Punkt holt, glaube ich. Oder wenn sie gewinnen. Sind sie Herbstmeister. Wir sind auf jeden Fall rangekommen bei Manchester City. Das war das Wichtigste. Beenden die Hinrunde mit einem super 3 zu 1. Mit einem Heimspielsieg. Wir gewinnen zu Hause. Wahnsinn. Wir haben zwar ausswärts nicht gewonnen gegen Liverpool. Aber zu Hause gewinnen wir gegen Manchester City. Muss es einem auch mal erklären. So. Der FA Cup. Das ist der nächste Pokal, der jetzt rankommt. Nachdem wir aus dem Capital One Cup ausgeschieden sind, spielen wir jetzt im FA Cup gegen die Bolton Wanderers. Die sind, glaube ich, Zweitliges. Ich weiß gar nicht, wie viel die Runde. Wie sieht es denn aus dem Capital One Cup? Da, wo wir ausgeschieden sind. Gegen FC Rothschdell. Die sind dann auch ausgeschieden gegen FC Everton 2-0. Halbfinale jetzt Everton gegen Tottenham. Und Swansea gegen Manchester City. FA Cup. FA Cup. Gucken wir nochmal. Da steht das Achtelfinale aus. Da sind wir in der dritten Runde jetzt, wie gesagt, gegen Bolton Wanderers. Begegnung würde ich gerne mal sehen. Gut. Ah, da gibt es jetzt Wiederholungsspiele. Okay. Dann war das der FA Cup und nicht der Capital One Cup. Da gibt es dann Wiederholungsspiele. Bei einem Remis. Im Hinspiel gibt es dann Rückspiel. So. Runde 3. Gibt es dann ein paar interessante Partien. Chelsea gegen Barnsley. Deswegen haben auch, glaube ich, immer die unterklassigen Vereine erst Heimspiel. Also die meisten, ne. Jetzt zum Beispiel bei Chelsea gegen Barnsley natürlich nicht. Aber zum Beispiel bei Bret... Ne, bei Burton Albion gegen Manchester City hat zum Beispiel der unterklassige Verein erst Heimrecht. Cambridge United, weil sie im Falle eines Sieges ja schon zu Hause feiern können mit ihren Fans. Wir spielen, wie gesagt, zu Hause gegen Bolton Wanderers am 3. Januar schon wieder. Also so viel Pause haben wir gar nicht. Aber ein bisschen auf jeden Fall. Wir gucken uns mal die Abschlusstabelle an. Zum Schluss. Gehen wir mal hier drauf. Capital One Cup. Ne, Barclays Premier League. Das ist also die Abschlusstabelle der Hinrunde. Ja, 19 Spiele sind gespielt worden. Southampton ist und bleibt auf dem letzten Platz mit nur einem einzigen Sieg. 11 Unentschieden, 7 Niederlagen. Sind schon Werte von einem Absteiger. Also nur ein einziger Sieg. Haben zwar nur 4 Punkte Rückstand auf den 17. Sunderland. Unter anderem noch Burnmouth und der FC Watford auf den Abstiegsplätzen. Dann schauen wir mal weiter. Liverpool auf einem bislang enttäuschenden 12. Platz. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so weit unten stehen. Aber okay. Es gibt dann noch eine Rückrunde. Es gibt dann noch 19 Spiele. Und deswegen. Da kann auch ganz viel passieren in der Tabelle. Der FC Everton dann auf den 10. Platz. Waren auch nicht so stark, wie ich mir das gedacht hätte. Genauso wie die Tottenham Hotspurs und Manchester United. Die hätte ich eigentlich auch in den internationalen Plätzen erwartet. Dann wird es oben nochmal richtig schön spannend und warm. Und schön kuschig sind wir da zusammengerückt. West Ham auf dem 6. Platz. Ja. Dann in den internationalen Plätzen. Vielleicht die beiden größten Überraschungen. Neben Liverpool. Nehme ich jetzt einfach mal mit. Crystal Palace auf dem 5. Platz. Ja. Mit 32 Punkten. Punktgleich mit West Ham. Und dann Leicester City. Also wir. Ne. Vierter Platz mit 35 Punkten. Also. Wir haben schon den Klassenerhalt so gut wie sicher. Wir haben jetzt 19 Punkte Vorsprung auf den 18. Da sollte nichts mehr großartig schief gehen in der Rückrunde. Dann der FC Arsenal mit 36 Punkten. Manchester City ist verdrängt worden. Wie ich das mir schon gedacht habe. Vom zweiten Platz. Chelsea hat zwar nicht gewonnen. Aber sie haben Remis gespielt. Und durch das bessere Torverhältnis sind sie dann auf ersten Platz noch vorgerückt. Aber das ist ja da oben ganz eng zusammen. Schaut mal. Der vierte und der Tabellenführer trennt gerade mal drei Punkte. Das wird noch richtig haarig. Oder. Wir nehmen mal den sechsten dazu. Die ersten sechs oder die ersten sieben trennen gerade mal sieben Punkte. Das ist nicht viel. Das sind zwei oder drei Spiele die entscheiden können. Aber okay. Wir gehen ab in die Rückrunde. Ja. Wir gehen ab in die Wintertransferphase. Und ihr könnt wieder. Transferangebot für Kaspar schon mal. Ne. 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 Der ist unverkäuflich Junge. Ihr könnt natürlich wieder eure Spielervorschläge unten reinschreiben. Wen wir uns denn noch holen sollen. Ich hatte natürlich auch ein paar Leute noch auf die Wunschliste geschrieben. Die wir uns nicht holen konnten. Leider. Ich habe ja gesagt im Sommer. Es sind zwar viele gute Spiele. Aber ich kann mir leider nicht jeden holen. Ich habe. Ich habe erstens nicht das Geld. Vielleicht nochmal Divock Origi. Wenn wir da noch ein bisschen Geld dazu kriegen. Aber okay. Ihr könnt nach wie vor nochmal Spielervorschläge unten reinschreiben. Dann bedanke ich mich bei euch für eine bislang erfolgreiche Hinrunde. Und hoffe auf eine so ebenfalls erfolgreiche Rückrunde. Jamie Vardy. 25. Ne. Ne. Auch wenn der viel Geld einbringt. Aber ich will ja mit ihm spielen. Er ist ja ein wertvoller Spieler. Was bringt mir das ganze Geld, wenn ich keinen passenden Ersatz finde? Der in das System reinpasst. So. So. Der Andy King will weg. Trainer bitte lassen Sie mich auf Live. Das ist gehen. Ich brauche mehr Einsätze. Das können wir machen. Der Andy King. Der möchte mehr Einsätze. Können wir machen. Kein Problem. Haben wir schon mal einen von der Gehaltsliste weg. Wo ist er? Andy King. Andy King. Da haben wir ihn. Hier. Andy King. Auf Leihliste für ein halbes Jahr auf jeden Fall. Können wir mal machen. Es gibt halt so viele gute Nachwuchsspieler bei uns. Aber ihr seid wieder gefragt. Schreibt Spielervorstäge unten rein. Wer wir uns auf jeden Fall noch holen könnten. Das ist wie gesagt jetzt unsere Formation. Ja. 4 für 2 lässt. Das hier die Standardwirts da angezeigt. Aber für mich ist es ein 4, 3, 1, 2. Mit einer hängenden Spitze. Drei Mittelfeldspieler. Und so weiter und so fort. Und dann machen wir weiter im nächsten Part. Mit dem Bolton Wanderers. Oder gegen die Bolton Wanderers. Wanderers zu Hause. Im FA Cup. Da wollen wir natürlich auch so weit wie es geht kommen. Vielleicht ein bisschen weiter als im Capital One Cup. Aber okay. Spielervorschläge unten reinschreiben. Like da lassen. Abo da lassen. Und beim nächsten Mal wieder reinschalten. Die Sachen müsst ihr einfach nur befolgen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.